Und Winde. Heute Nacht gibt es Schauer, im Norden kann es hier ins Flachland schneien. In Süden liegt die Schneefallgrenze bei 400 Meter in der alten Berge unterwegs. Sonst wird es Schnee oder Schneeweiß. Auch wenn es in der Nähe ist, wird es nicht sein. Morgen am Nüttelungssaal stehen es lieben Regen. Überall von etwa 500 Metern Schnee. Manchmal schreit es durch eine Feder. Der Schnee bleibt meist nicht liegen. Trotzdem muss man sich der Fisch auf die Wienerung des Schnees oder Schneemass einstellen. Sonst sollen wir Wolfen, dazu Schnee, Regen oder Traufelschauer. Im Norden und Nordwesten liegt es am meisten davon. Der Wind wird uns auch morgen noch beschäftigen. Ob den Bergen kann es schwere Spuren würden gehen. Davon abgesehen, wird der März nicht frisch. Im Grün startet stürmisch aus wie fest. Und damit sind wir bei den Temperaturen heute. Alle zweistellige Werte erreichen wir nirgends 9 Grad am Kaiserstuhl. Das wäre dann auch schon das höchste der Gefühle im Harzweiß mit 2 Grad am höchsten. Und das sind die Temperaturen, die wir in der kommenden Nacht erwarten. Frostige, minus 6 Grad in einem 30-Jährigen, 5 Grad los, wie wir in der Köln kommen. Auch morgens überall einstellige Werte. 1 Grad werden am Ramm der Alpen und im Harzweiß 7 Grad in der Kölner Burg. Und so geht es dann in den folgenden Tagen weiter. Der Mittwoch ist ein Tag zum Geheimbleiben. Viele Wolken, es regnet oft in den Bergen. Schneidet es auch gut. Im Nordosten beginnt der Tag freundlich 1 bis 9 Grad. Und es ist sehr windig. Am Donnerstag wird es vor allem im Norden sehr windig. Sonst viele dichte Wolken in einigen Gebieten regelt es. Mit 1 bis 11 Grad ist es schon etwas wärmer. Am Freitag dann bereits 4 bis 13 Grad. Aber es bleibt wechselhaft und besonders im Norden stürmisch. Es kann kräftig schütten, auf den Gipfel schneien und damit zurück zu Handel-Fischer. Danke, Wolfgang. Und das war es auch schon fast wieder für heute. Aber ein Hinweis, das ist hier noch für Sie. Wenn Sie mögen, informieren wir Sie morgen Mittag auch wieder. Berichten über alles, was aktuell interessant und wichtig ist. Bis dahin finden Sie uns.